Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zu den Bergbau-Nachrichten auf Rohstoff-TV. Heute mit Wissler-Silver, Skinner-Resources, Summersilver und Copper Mountain. Wissler-Silver gab wiederum neue hochgradige edelmetallreiche Entdeckungen innerhalb der hängenden Wand von Tachitos auf ihrem Silbergold-Projekt Panucco in Mexiko bekannt. Es kam sogar zu einer Neuentdeckung auf der Copala-Ader und ein Top-Bohrloch ergab über 3.700 Gramm pro Tonne Silberequivalent, bestehend aus 2.147 Gramm Silber und über 18 Gramm pro Tonne Gold, über 2,31 Meter wahre Mächtigkeit, innerhalb eines breiteren Abschnitts mit einem Gehalt von 226 Gramm Silberequivalent, über fast 82 Meter wahre Mächtigkeit. Eine Folgebohrung, ca. 100 Meter vertikal unterhalb von CS2190, durchschnitt 2.274 Gramm Silberequivalent auf über 1,5 Meter wahre Mächtigkeit, die ebenfalls in einem breiten Abschnitt mit 183 Gramm Silberequivalent auf über 83 Meter wahre Mächtigkeit enthalten war. Das sind fantastische Zahlen. Bis heute sind acht Bohrungen auf die Copala-Ader gestoßen, wobei alle gemeldeten Abschnitte in einer vertikalen Tiefe von über 200 Metern liegen. Weitere Bohrlöcher zeigten ebenfalls sehr gute Ergebnisse zwischen 400 und 600 Gramm pro Tonne Silberequivalent und sehr gute Mächtigkeiten. Dies ist ein toller Start ins Jahr 2022 und die Aktie hat natürlich auch schon positiv darauf reagiert, hat aber noch sehr viel Luft nach oben. Diese Ergebnisse werden in die erste Ressourcenschätzung, die noch in diesem Quartal erfolgen soll, einfließen und wir denken, dass dies dann das Megapotenzial von Panduco verdeutlichen wird. Skinner Ressources gab die Entdeckung einer bedeutenden Zone, genannt Zone 23, mit einer oberflächennahen Mineralisierung im Liegenden bekannt. Diese neue Zone befindet sich außerhalb der Grenzen der aktuellen, auf die Tagebaugrube beschränkten Mineralressource des Unternehmens auf dem Gold-Silber-Projekt SK Creek im goldenen Dreieck von British Columbia. So zeigten sich Werte von einem Gramm Gold mit 6,5 Gramm Silber auf 90 Meter, 1,3 Gramm Gold und über 31 Gramm Silber auf über 43 Meter und 2,33 Gramm pro Tonne Gold-Äquivalent auf fast 60 Meter. Die Zone startet bereits 15 Meter unter der Oberfläche vertikal. Dies zeigt, wie fantastisch SK Creek und natürlich auch Skinner Ressources dastehen. Bis heute wurden 72 Bohrungen mit einer Gesamtlinke von 12.890 Meter niedergebracht, was ca. 37% des budgetierten, laufenden 35.000 Bohrmeter langen Bohrprogramms entspricht. Die noch ausstehenden Meter werden gebohrt, sobald das Bohrprogramm für die Abraumdeponie Albino im 2. Quartal 2022 abgeschlossen ist. Auch Soma Silber berichtet über die aktuellen Explorationsaktivitäten und die Ergebnisse eines Gesteinsproben-Nahmeprogramms auf ihrem hochgradigen Grundstück Mogollon in der Nähe von Silver City in den USA. Mehrere Proben ergaben Gehalte von über 1.000 Gramm Silber-Äquivalent pro Tonne und lokal sogar über 5.000 Gramm Silber-Äquivalent pro Tonne. Das beprobte Gebiet erstreckt sich über eine Fläche von 3,5 Quadratkilometern, was die beträchtliche Größe des Grundstücks Mogollon unterstreicht. Für 2022 will man aggressiv bohren. 50 Bohrungen sind auf dem Grundstück Mogollon geplant und 25 Bohrungen auf Huges. Sobald wie möglich soll dann eine Ressourcenschätzung erfolgen. Coppermont Mining schloss eine Reihe von Nullkosten-Koller-Optionsverträgen ab. Die Verträge decken 3,3 Millionen Pfund Kupfer pro Monat ab bis zum Jahr 2022 für insgesamt 39,6 Millionen Pfund Kupfer. Der Mindestpreis der monatlichen Kupferoptionen wurde auf 4 Dollar pro Pfund festgelegt. Der durchschnittliche Höchstpreis liegt bei 4,91 Dollar pro Pfund Kupfer. Dieses Preisschutzprogramm macht Sinn, solange das Unternehmen ihre Projekte weiter voll investiert und man sichert sich somit gegen Überraschungen ab. Das freut auch uns Aktionäre. Damit kann man in aller Ruhe die Wachstumspläne in Kanada und Australien umsetzen. Sehr gut. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Die besprochenen Unternehmen sind oder werden Teil des SAC Mining Special Situations Zertifikats. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Vielen Dank.